Was ist mit dem Medium Impulslaser? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich kenn das Spiel nicht so gut wie du. Medium Impulslaser ist einfach dieser Pulslaser halt. Ja, ja, ich weiss schon. Aber wenn die PPK nicht gleich 10, 7 Tonnen wiegen würde, ey. Ja, ich weiss. Das ist extrem. Aber machst halt 10 Schaden und verbrauchst keine Munition, gell? Seid gut. Die seid gut. Ja, aber guck mal. Medium Laser macht 5 Schaden. Der starke Laser macht 8,4 Schaden. Der Kamm macht 10. Aber die Reichweite musst du mal angucken. Alter, aber ich kann, der hat 6 Sekunden Reload beim Spacken und bei der PPK. 6 Sekunden. Ah. Medium Laser ist auch 5. Ok, dann hoff ich mal, dass das alles nichts haben. Jetzt hab ich sogar Jump Jets drin. Und ich weiss wohin mit dem. So cool. Was sind 0,5 Tonnen? 0,25 oder? Ne, 0,5 Tonnen. Ah ja, weil das in größeren sind. Ja, weil die größer sind, ne? Na, wenn ich die rausnehme, krieg ich eine Tonne. Nehmt dann Medium Laser weiter. Da krieg ich keinen starken. Und der Medium Impuls Laser wiegt sogar 2. Ja, ja, der wiegt mehr, ne? Ne, das ist ja auch... 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 Also kann ich erst ab 405 Meter gegen die Fahrt... Ne... Na gut. Ok. Umrüsten und reparieren. Drei... So. Also rutscht das alles ein... Wir geben also jetzt unsere... Quasi... Wir geben unsere quasi... Dann kaufst du jetzt den... Okay? Ja.